Die zu veräußernde gut gepflegte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Mönchengladbach-Urdenkirchen-Mitte. Das im Jahr 1975 erbaute Haus verfügt über 8 Etagen. Die Immobilie befindet sich in der 6. Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Bei einer Wohnfläche von ca. 88 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 44.700 Euro. Wir freuen uns die Nähe zu informieren.